Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Runde Liebe Hölle Rumble in Dota 2 mit Steamy Und wir sind ein bisschen aufgedreht So ein bisschen jetzt Street Fighter wie früher oder so Aber wie hieß denn dieses grüne Vieh da Blanker, der war cool, mit den Elektrochocks Ich hatte mal Angst vor dem, der war voll eklig Super Nintendo Zeiten waren so geil Sick, die waren sicki, ja spielen wir jetzt kommt schon Ich spiel was Supportiges Ich auch, was Scaryiges Oder was Gankiges Ne, ich spiel was Supportiges Was schlägt mir denn Dota vor Ach, das Swap, da hab ich schon ewig nicht mehr gespielt Ich spiel nur wieder das Swap Versteht ihr was der schreibt One, Cell, Vitamistar, Stunts, Kakat, Watimiti Oh, Ruf, äh Er hat was mit Stunt genommen Kein Mensch für die Russen Und er hat Mirana meint, hat er Spiel mit geringer Priorität Spiel mit geringer Priorität Da sie oder jemand aus ihrer Gruppe Heiko Nein Spiel verlassen hat Wie kommt ihr auf den Schein? Ich hör eh nichts, was du kannst machen Ich kaufe, ich kaufe was Ja, sehr schön Ich meine, er hätte sich drauf gedrückt Also ich geh mal in den Jungle, ich hab hier so ein Jungle Bild Ja, mach das mal Viel Spaß Äh, wo ist denn meine Mini-Meer-Pin? Mirana, pass dich an Es gibt gar keine Mini-Meer-Pin, ups Ja, komm, geh doch mit mir hoch, das machen wir schon Geh doch in den Dschungel Heiko, komm, wir gehen zusammen hoch Ich geh doch in den Jungle Ja, komm Heiko Ich geh doch in den Jungle an Du gehst in den Jungle, oder was? Ach, der Sascha ist Warum bin ich denn in den Solo? Ich komm hoch Was ist denn jetzt hier? Ja, lass mich, genau Das finde ich gut Das, ah, das finde ich super Wunderschön Stick it, wick Stick it, wick Oh, haben wir jetzt wieder irgendwelche Klugscheiße hier? Wir sind ja liebe Hülle, das wird das Maul halten Sag das meiner, wo ist diese Push-To-Tor-Kaste? Ich will jetzt hier was sagen Bei mir ist auf Tab Guck hier Hallo, hallo, hallo Hallo Hallo, hallo, bei mir geht ja gar nichts Hallo 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 Alles gut, alles gut Stryker runs Sag ihm, wenn er Russ ist, soll er die Klappe halten How are you? Er ist ein Russ, er ist ein Russ, er ist ein Russ, wir machen ihn fertig Oh Oh Okay Ja, der hat zu Eds geholt, ich glaub's nicht Rampant Klappe, hey Also, BIP, 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 BIP können ja weg gerannt und wieder zurückgeklimmt verstehst du ich mein erst recht weil der eine hier alleine zu sein scheint weg zu zweit da ist das hinter dir putz 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 oh sehr schön ein kill fang schuhen da klingt schon nochmal ein stück kaffee ok ich glaube wir haben keinen russen im team oder oder wir haben keinen russen im team der die ganze zeit russisch redet obwohl wir sagen englisch wie fand ihr das eigentlich mit diesem bestauf zusammenschnitt habt ihr euch angesehen ich hab es mir angesehen das war ziemlich lang für den bestauf aber wie gesagt die musik war klasse ja ich hab halt das ganze material noch verwenden ja ich hab so lustige internetseite gefunden wo man kostenlos musik für youtube kriegt kann ich nur empfehlen coole sache dass ihr selbst video macht guckt das video ne das darfst du nicht verwenden das ist jetzt so lizenzfrei genau du musst es nur angeben von wem es ist das steht in der video beschreibung drin also passt ihr interesse hat guck mal das ist gut das verwenden auch viel großer also war cool echt da gibt es auch riesen auswahl und das ist auch so schön kategorisiert da kann man auch lustig gucken oder nach so stummfilmmusik da habe ich zum beispiel geguckt stummfilmmusik ja das hat sich dann so wie bei keine ahnung oh hier ist das ja turn hier ist der ding ich jungle mal mit lukhan geht ganz gut so und wenn du gerade sagen muss aber zieht dir jetzt zurück Ich hab keinen Platz mehr im Inventar, das ist natürlich bescheiden. Warum brauchst du einen Platz? Ich brauch mal ein paar Latschen. Muss ich mal ein Gold ausgeben, vielleicht? Boah ey, also ihr sagt ich hab ein schlechtes Mikro, hör dir den mal an. Naja, das ist doch über Dota, das ist halt scheiß Kodak. Boah, da ist er. Wie bitte? ROLLING THUNDER! RAPANT! Könnt ihr mal in den Jungle da gucken? Seht nicht mehr bei dir unten. Ja, irgendjemand der bei mir auf der Lange ist hier. Seid ihr beide oben, oder? Ja. Ich heil mich mal, ne? Oh, wir sind im West. Du weißt was das heißt. Schade. Schade. Dann kannst du stun, dann stun. Guck nicht da. Sperr ein. Oh fuck. Komm komm komm. Nein! Ich überlebe das aber noch. ich mach dir mal den Ton aus. Die kratzen so. Kratzt für euch auch so? Jaja. Das passt hier nicht zur Steamy-Qualität. Was sollt sagen, ne? Geht so nicht hier. Links, rechts, links, rechts. Ihr fragt euch bestimmt warum die Dota-Spieler mal so rechts und nach links laufen. Das hat keinen besonderen Grund. Ey, ja. Das hat keinen Grund. Nein, natürlich hat es einen Grund. Ja. Frisch, mate. Du, fehlt, gell? Das ist aber nur eine lange Weile. Ja, fehlt, ja. Scheint so, nicht hier. Geht! Da ist er wieder. Stryker läuft! Los geht's. Hmmmm. Bang. Peng. Peng. Jetzt gerne mal einen eingesperrt. Ich habe Ulti. Ulti, 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 Ulti. Ja. Ja, aber die sind jetzt da so am Turm, das Problem ist. Ja, ja wenn die runter kommen. Und ich könnte mir jetzt mal Boots holen, hehe, hehe. Aber ich finde, als Fernkampfer brauchen wir nicht so früh Boots. Kann man ein bisschen warten. Strider runs! Ha, 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 ha! Aber er hat nur Disconnect, oder? Hoffentlich doch. Okay, Pause. Pause. So, wer macht den Pausen-Clown? Mute, mute, mute. So, Commute, wir Affen. Hey, ich hab die Commute von mir gebraucht. Hey, sag doch mal einer, dass wir sich mal ein neues Mikro kaufen sollen. Wer macht Pausen-Clown? Pause ist vorbei, ja, kein Pausen-Clown. Okay, die Abstellung hat zu lange gedauert, es gibt keinen Pausen-Clown. Mind-Dusted. Feinerei. Uh, can we pause, please? I'm terrified beyond the capacity for rational thought. Okay. Meiner. Pang! Oh, dein Lifestyle ist so schön. Taxi, was? Ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha benutzt haben jetzt nervt mich dass hier die dinger stehen machen wir immer angst oh hallo patsch kritik und reporten was man dann erwartet du bist ein wolf ganz schön stark und bist super schnell auf mecca ja oder gehst du schon meine meine boots fertig machen hier fehlt müssen ok ist das werden hier ich sehe es gerade aber laut war kein mal da gesehen vielleicht haben wir glück der wurde nicht gesehen ich denke aber schon ja jetzt hast recht ich komme da nicht nah genug an für klims schade oh ja es ist schon wieder so gg das gang der stirbt doch der stirbt doch war doch ö 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 b mana ja folie jetzt geht's hier und zut vacuum zu wort ihr flut zu worden alles für den kerry alles für die club club 很 Ok hier Action 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 Yeah, das ist haltig Na kommt er? Na schade, ich hab jetzt gehofft, der läuft dann auch hinterher Wie lange brauchst du noch ein bisschen Mana? Kürzen Sekunden Ich hab jetzt ein bisschen überlebt Ich hab nämlich kein Ulti Jetzt hab ich gehofft, können wir ein bisschen aggressiver sein Du darfst halt nur nicht Stunnen, sonst hast du kein Ulti mehr Aber ich kann jetzt gleich Mana gehen, dann kannst du auch einmal wieder Stunnen, glaub ich Aber es ist nicht mehr gefeiert, es geht nur Erbe unter den Turm ist doof zu Diven Ich will nicht Diven Ich hab jetzt auch noch Mana für beides Mag aber nicht Diven Ich will nicht Diven Ich will nicht Diven Lass es doch, weil wir Razor ganken Da ist Crystal Blade drauf Ja, drauf Und in Ponder roll Strider rum Ich ist tot Und Ponder roll Ja Oh, ich hab nicht eingesperrt Und ich kann da nicht rein gehen Ich kann da nicht rein gehen Du bist nur raus gekommen Oh, ich werd gedoomt Egal, die verschwenden Ja, ich kann ja, ich musste weg von den Dingen stehen Das haben wir schön gemacht hier gerade Ja Wahrscheinlich sagt sie jetzt gerade irgendwas und ich hab sie gemutet Ja, so ist das Schicksal Jetzt wird halt irgendwas schönes sagen Aber Könnt ihr halt nicht hören Könnt ihr eigentlich nur mich hören Aufwärts Schäden 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 Von Upland Drood Und ich gehe Hmmmm Das Mal hier in den Bäumen verstecke Vielleicht kommt ja wieder irgendwas hier angelaufen Faster In den Tower Ja, er hat immer noch einen Tower da oben rum Ja, ich geh Set in Sturm Komm her Oh, die Humanität Schäden Roller Haben auch wieder schön gemacht Fliege Oh, danke So, der Turm ist jetzt uns Sehr schön Warum hat er mich rausgehuckt? Stryker runter Stryker 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 Geht ab, Mann Hier oben geht's ab, Mann Hier oben geht's ab, Mann Ach, der hat mir die Kurier geklaut Rampant Oh, bin ein bisschen zufrieden Top lief grad sehr schön Ich schnuckel jetzt noch ein bisschen an meine Dose Die Diat-Strukturen sind fortified Geht her Stryker Die Dose Die Dose, die in der Metalltower wurden verabredet Ding dong Es kommt beim Wecker Gehen wir runter Gleich oh schade was du gesehen hier im jungle was macht die maiden denn sie macht gar nichts oder wie gut schafft hier ist der kipp hier ist doch nicht oh hinter mir reingelaufen idiot heute ist ein Adelblatt. Geht klar, hm? Lieber Hölle, haha. Ja, ich warte den Tower. Alter. Sagt auch, lieber Höllen, beim Page mit Steamy. Hihi. Lieber Foto, die enemy's bottom tower hat vorgelegt. Geht! Wer macht mit mir die Ancients? Keiner macht mit mir die Ancients. Ah, komm her, fall doch mal. Ja, ich sterbe. Wenn wir schon hier sind, oder? Warte, stecken, 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 stecken. So, auf. So, auf. Ach, die kommen nicht. Ich kann hier noch einsperren. Oh, willkommen zu. Tschüss. Weg ist er. Wir sollten gleich, glaub ich, nicht zusammenstehen. Ah. Dann hält der Scheibe. Immer wenn du an so'n Ding kommst, fängst du wieder neu an. Ich hab dich mal ein bisschen da rausgeholt. Ein Soul Ring mit West Kings ist voll episch, kann das sein? Jo. Ist mit allen eigentlich recht episch. Weil du den Wreckers. Nein, ich mein, weil ich einfach dann voll sterben den Ring aktivieren kann, dann hab ich genug Mana für mein Ulti. Ja, kannst du machen. Zum Beispiel. Oh, die Raubkatze spielt Dota 2. Ist deine Zuschauerin von um? Ich hab ja nicht genug Mana für Ulti. Aber ich hab noch genug Mana, um es einzusperren. Oh, da ist noch einer. Hallo. Oh, die Humanität. Alle gestanden? Na, ist ja so langweilig. Weißt du, wir verlieren, wir heulen rum. Wir gewinnen, ist langweilig. Aber echt? Oh, ich find's gut. Mir macht's Spaß. Ich bin auch zufrieden. Ich kann mich nicht beschweren. Luka geht ab, Luka macht Laune. Jo. So. Gaudoswapte, go go. Nur auf deinen epischen Dino. Ich hab 2,5k Gold, deshalb vielleicht mal Gold ausgeben. Vielleicht. Hat irgendeiner Mana? 30 Sekunden. Deine Unternehmung ist unter attack. Hey! Who's guys? Nerf this man! I have done some great work, forget about it. I have done some great work, forget about it. You dead Terranes! Striker on! Let's check! End in! Nerf this man! Oh, Hilfe, 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 Hilfe! Und Pot zurück! Deja vu! Ponder roll! Ah, macht es Spaß! Mana, 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 Mana... Wo ist Mana? Rektach! Fatsch heute nicht noch warten. Von Upland Drood ich bin. Rampant! Trug den Scheiß! Trug, trug, trug! Oh, schade! Mit all meiner Kraft! Die rotere Strukturen sind fortified. Komm jetzt! Schade! Damit das Gegenstände holen, 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 so Nicht zu creepy werden, man Lass du runterkommen, auf, kommt runter Warum kommen die denn nicht runter? Lass hochgehen Ja, lass hochgehen Hier Oh, der macht geht, er macht geht, er macht geht, er macht geht Oder auch nicht, ach, lass ihn sterben Okay, ist unsichtbar, wollen wir reingehen? Ja, los Bist du, Grief? ich habe schon ein schönes das kann mich nicht beschweren 8 0 8 ist geht klar mission er kommt jetzt mal 22 sekunden ich glaube die haben aufgegeben die du dir die 3k gold was mache ich damit mit ich möchte die fuhr wie sie im klopfen schreihen höchst um 22 minuten Endgame Ich habe keine Mana mehr. Du bist einfach tot, ich kann dich heilen. Ja, heil mich mal. Du darfst nur keinen Schaden kriegen. Guck mal hier. Ach, schade. Boah, hier Hilfe. Gibt doch so eine Urne. Mach ihn erstmal kaputt. Voll geil. Also komm, das war ja wohl kein Spiel, oder? Ne, es war nicht fair. Direkt nochmal so ein, dann sind die beiden Spiele, die du noch machen musst, weg und dann können wir ja richtig gut. Ich würde gerade sagen. Das war's mit dieser Runde, Leverhöhlen Rampage. Ein Leverhöhlen Spiel haben wir uns noch vor uns, dann haben wir unsere 5 Leverhöhlen Spiele durch. 10.020. Ja, geht. High Five dafür. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Runde Dota 2 Leverhöhlen Rampage. Awesome. Awesome. Aber Daxia wollte ich eigentlich nicht. Ich hab einfach nur was zum Tor rumgehauen. Ey, du meinst nicht Daxia, Mann. Nein, das ist doch schlechte Erinnerung. Super Ranger. Nein. Nein, nein, nein. Ich will wieder Support spielen. Ja, gleich wie eben. Ah, das ist doch langweilig. Das habt ihr doch in der Folge davor schon gesehen. Ne, ne, ne. So viel Support. Guck mal, wir haben schon Support am Start. Soll ich mal X spielen? Ich würde nochmal Trillian Protector spielen. Trillian Protector. Oh, ne, ich bin hier nicht der Stinkl-Dewinkl. Okay, dann passt er. Ich bin kein guter Team. Ne. Oh, ja, das ist zicky. Das wird zicky. Ja, fällt mir. Die Assassin. Ja, zick. Oh, ne. Die haben wieder komplett alles carry gefickt, die Hangies. Oh, warte. Ich würde vielleicht etwas reinspringen. Ja. Die sind ein bisschen viel Midi sonst. Na, die haben schon zwei Stunts, ne? Spiel mit geringer Priorität. Die spielen in einem Spiel mit geringer Priorität, da sie oder jemand aus ihrer Gruppe, Heiko, Spiele verlassen hat. Äh, nein. Wollte ich nur mal anmerken. Versucht lieber nicht zu feeden, Mann. Erstmal wieder mein schöner Kurier. Äh, mein Kurier. Äh, mein Kurier. Ey, der hast du auch schon ewig, Mann. Ja. Sagt immer einen neuen. Tja, sagt es den Dota Würfelgott. Aber ich, Mann. Weil den habe ich mir nicht gekauft. Ich habe nämlich Glück, habe ihn bekommen. Ist sehr gefreut. Auf kurz. Bedankt, ich habe schon zwei geschenkt bekommen. Nen, nenen, nene. Du hast auch zwei bekommen. Einen hat er auf jeden Fall jeder mitgekommen, dieses kurze Schwein da. Ja, ok. Und dann habe ich nochmal einen bekommen. Diesen Dino mit Fliegerdrölle da. Ne, das war süß. der beste bei welcher auch gerade ist diese krake mann wer geht denn wohin der schatz so ich geh bitte ja ich geh doch bestimmt nicht solo jawoll schön protektor solo offline gut job was spielt ihr fürn scheiß mann sag doch mal einen was du spielst doch jungle wie du in der mitte dann geh ich ja gut dann geh ich in die mitte komisch aber die kriegen doch battle points aber nur der heiko nicht na gut sein nachzeiten ah ah mili in der mitte ich brauch wards wie fühlt man sich so als dota abschaum in der community ich bin voll am start man liebe abschaum und so nein spaß liebe abschaum gleich holen ja oft drauf ob da der kann es dann das geld was ich zieht man liebte hätten jetzt gehabt auf drei 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 ich denke ich denke das so einmal treffen noch ich bin zu langsam du hast da eben auch einen nochmal getroffen jawoll wie ebisch er bleibt doch nur weglassen er hätte mich locker killen können komm wieder runter komm wieder runter äh geh wieder runter ja ja geh wieder auf deine lane geh wieder in die mitte ja ja ich geh in der wunde vorbei aber ich bin zu früh nein du bist doch wieder rubik ja ich will nochmal sterben okay das ist jetzt bisschen viel hier das ist schon wieder so creepy man du kannst mich auch heilen gell ja ja ich kann mich heilen ich hab mich hier fress mal einen baum wenn du essen kannst der heal ist halt nicht so stark auf stufe 1 muss unbedingt leech-seed skillen man das wird ja auch noch slow das cool ja ich mach ich irgendwann der muss hier vorbeilaufen komm mal gleich näher oder so oh der wär fast tot oh komm zurück komm zurück ich kann dich am baum unsichtbar machen du kannst mich unsichtbar machen ja bin ich jetzt unsichtbar ja ok das kannst du hier rechts oben das ist schon impossibel warte ich versuch's ich kann dich nochmal heilen aber der Turm sieht dich ne ah fuck dekorieren ne was ist das? be careful where you wander die selbst so schnell haben die boots ne die haben mehr im wir haben 5 305 oder so wo vom Tempo der ist Sand King Sand King ist zu schnell für mich egal gleich hab ich boots ich geh lieber erstmal den heal das ist ein Zufa auf die nächste grove oh wer findet denn da unten keine Ahnung man jetzt hab ich boots jetzt können wir sie verfolgen hm natürlich natürlich jetzt 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 Nein! Die Tod hat meine Hand. Ich denke... Ein Blut ist für ein Blut Ja Ja Du bist so ein Blut Hm... Hm... Flying Courier Oh, jetzt bekommen wir so Uh, können wir kurz kurz pause? Ich bin über die Kapazität für rationales Fall Ja, ja Mal vormerken Ich sehe nicht, warum nicht Oh, sehr gut Der ist cooler, was ihr scheiße entwickelt Ja, wir haben Zeit, komm, genießen wir es Schau dir dieses Spottakel an Oh, mein Oh, mein Das ist gut Aber Türen sind nicht so gut mit Motionen, du weißt Ich werde dich protecten So schnell Entschuldigung, Freund Ich denke... Ja, nochmal Magie-Reneration Regeneration, boah Ich denke... Missing Bottom Pruned Wie geht's mit einem Stroll? Ja Missing Bottom Wie geht's mit einem Strollen? Ah Ein Schuss Ja 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 Ich bin halt total langsam Be one with the leaves Das Problem, können wir jetzt hier was machen? Ja Willst du, mach den langsam Nein! Oh, dieser Lacken Ja 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 Meine Attacke ist nicht gelogen, Mann Ich werde da nur pro der wir sagen wir hatten die Hürde des Kollegen stehen er ist weggelaufen sind doch der erste Moment unsichtbar aber so lange eigentlich nicht ja sehr gut das war ja toll spiel egal das zählt ja ich glaube schon ja wenn es so kurz war dann schneide ich das am anderen hinten dran natürlich ja 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 Ja, GGX auf jeden Fall, funny. Wenn ich so 5000 Gold hab. Ja, ich hoffe die Runde, lieber Hölle, Rampage hat euch Spaß gemacht. Die haben wirklich welche gelieft. Also bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Dota 2 mit Steamy. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.